So Leute, gehen wir mal schauen wer es heute läuft. Lassen wir uns mal überraschen. So, load mal, dass es da los geht. Oder nicht. Da könnten wir es zweimal verschläfen bis das Spiel einmal startet. Heldenspecial, Eis, Zitron, Alienblume, Meeressbiologe und Tennisstar geben sich beim dieswöchigen Heldenspecial Jahre. Ne, brauche ich nicht probieren. Kein Bock drauf. So, was tun wir? Gemischten Modus, was sagst du? Gehen wir mal schauen. Ja, Ruxy. Ping von 59. Gehen wir mal in... Boah, gemischten Modus. Seine. Da sehen wir schon, was da geht. So, ich starte mal mit dem Grillmais. Da 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 da. Seine eh nicht so für viele Leute drinnen, auch für so ein Herrmais jetzt gehen. Aber ob sie will wissen, wenn du über die Führung gehstest du da da hinten umher stehen. Da 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 da. Was ist denn der Gleitsieger da? Ja, schießt nicht. Oh, ah. Ja, logisch, wenn auch noch wir länger warten, dann zu schießen. So, schnell respawn, Kim. Ja, lol. Viel zu kurz. Jetzt. Also der Schuss ist schon mal komplett daneben. Es legt wieder mal. Aber die Schere wird genommen. Und legt es eh mehr. So, der hat sich auch mal verabschiedet bei Gleitsieger. So, danke. Sonnenblumen hat mich wenigstens so weh gekillt. Ah, logisch, kein Pilzjäger. Na ja. Oh, danke. Oh, danke. Sie wollen jede Menge Zombies her. Ah, 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 ah. Hey, gib doch mal Ruhe. ballast. Ah, Logisch hat ihn verpasst. Futterangriff. Plumpsklau-Zombie. Oh, Gebirgsjäger. Wir sind jetzt in einem neckereichen Köpfe. Momentan bin ich mit 8 Kills. Gut dabei. Es sind ja mehrere Leute mittlerweile in der Runde drin. Jetzt ein guten Glück. Dann wird es ja wieder spannender. Schmeißen wir mal Butter rum. PAM! Hanen. Ja, ja, ja. Ah, ich brauche ein Heilpflanz. So, lass mir mal hier. Also für den ersten Ding tue ich sowieso nie die guten Pflanzen nehmen. Ich nehme ja eigentlich leid die einfachen Pflanzen. Weil ich habe halt irgendwie verschwendet da für den ersten Garten. Ja, uh, logisch. Ein Butter jetzt. Falsch geschmissen, aber egal. Okay. Plumpsklau-Zombie. On Fire. Uh, uh, uh. Oh nein. Ah, da tun wir mal Healen, bitte. Ah, Sonnenblumen. Nichts da. Also mit den Healen halt sind wir nicht hin. So. Ja, Wichtel. Wir wünschen du ihn. He. Okay. Bodenturnübungen. Halbem Anschein noch. So. Hm. Hm. So, eine Minute 15 oben die Ohrenzeit. Hä? Wie sollen wir den getroffenen hier genau drauf halten? Joll. Warte, ich schmeiß da noch genau ein Butter oben ein in das Ende Gelände. Butter, 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 Butter. So. Ja. Nicht da oben ein geschmissen, weil, äh, kann jetzt Zombies oben sein. Oben ist ein Mais gewesen. Oh, Hennen. Zombie. Bleib stehen. Wenig HP. Jetzt ist schon hier. Ah, ah, ah. Aber ich schneide jetzt. Allstar. Komm. Ja, ich brauch einen Butter. So. Wichthauni. Wieder 2.30 HP. So. Butter rein. Huuu. Baby. Wir haben... Wir haben's geschafft. Da, 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 da. Da, da. DCH. Tk, wir haben's geschafft. Wacht mal. Wacht mal. Wir haben's in den letzten Jahren. Es wird zum ... Aber er hat's in den letzten Jahren. Wir haben's in den letzten Jahren. Boa, wir haben's in den letzten Jahren. Wir haben's in den letzten Jahren. Der ist einfach nicht möglich, aber der kommt nicht mehr. Aber. Guck mal. Ihr kein totaler. immer in der alten Form befriere mal oder langsam langsam spiele ich mich wieder rein. Überhaupt wenn es mal nicht lecken hier, nicht lecken tut. Dann bin ich auch besser. Ah Ventilator! Jetzt schalte ihn auf Orkanstufe ein. Jetzt hört es an, Ventilator. Ja, heute sind wir wieder mal Benz da fast 40 Grad. Also ohne Ventilator tue ich heute mal nix. So, dann gehen wir schauen wie in meinen Schlag. Ah, da hätte ich eigentlich gesagt, äh, und dann ist der Name ein Cricket-Sar oder Schusterung-Gapes, statt einem Wissenschaftler. Aber ich bin sowieso einer, der frontal eingeht und umgreifen tut, am liebsten. Hä? Was soll denn das jetzt größer sein? Na, du konchst mich. Da, 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 pum, pum, pum. Was ist das? Ich bin nicht nur der Omer-Sund-Bom-Welt. So, Barclay. Ah, 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 was nehmen? Pricket-SAR. Sei doch still, Barclay. Ist super. So, ist eigentlich vermutet, hoffi. Ich bin eigentlich nur noch ein paar Minuten, aber bei mir hat die Menü-Taste irgendwie... Nakedum! Ach du... Dicke sei! Ist er wieder da? Ich bin froh, wenn wir danach nicht mehr Reviere übernommen kriegen, weil es bei mir ist auch... Ah, jetzt ist es gegangen. Aber heute hat es eh weniger Längen als wir gestern. Ah, jetzt ist der Sack! Ok, in Vorlage auch nicht gekriegt. Schauen wir, ob ich das erste Mal schon mit dem Teleporter weiterkomme oder nicht. Hm. Komm her! Ja! Huuu! Das wurde gesagt. Ah, 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 wahrscheinlich mein Freund. Was nehme ich mit dem Tauchersoldat? Probiere ich mal mit dem Tauchersoldat, da sind wir schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Schuss, wenn ich habe mich mit dem Panzerkommandant genommen oder halt, hat ja der einzige Schuss. Und solange sie mich nicht richtig eingespielt, dann ist er glaube ich nicht der richtige Charakter für mich. Ha! Das in Sam nehmen wir 500 Kills Malari. Schön wär's! 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 Ok, Rache aus dem Grab, passt. So, Wichtel ist auch links neben mir. Schicken wir mal Sorgzombie los. Drei Minuten haben wir noch Zeit, ich glaube wir sind besser unterwegs, als wir die anderen. So ein Schmarrn, auf jeden Fall, er reagiert extrem trage. Also wenn ich los schieße, dann gehen die Schüsse gleich los. Ich habe sie gesehen, Schnapper und ja, erst hat man gehört, dass ich noch geschossen habe und erst danach irgendwann ist die Animation gekommen. Ja, ist Loki. Ja, geht schon, danke dir. Und bei dir alles fit. Und bei dir gestern alles nach deiner Geige getanzt, oder? Ja, müssen wir gleich mitspielen. Leckt halt extrem wieder einmal. Ich muss gleich in der Runde eine joinen. Nein, ich habe heute schon drei, viermal gestartet. Ich habe einen Ping für 8000 gehabt. Bist du so ein Freundschaftsanfall? Ah, so, ok. Hat er wieder die ganzen raus. Warteleih. Weil ich jetzt keine Freunde mehr drin gehabt. Dann habe ich erst jetzt Dinge gekriegt. Noch keine gekriegt. Magst du gleich ausschicken, sobald ich sie kriege, nehme ich ihn. Ich habe leider nicht verstanden, ob das zu tun hat, weil die Playstation resettet hat. Dass er die löscht. Oder wieso er bei mir komplett alle gelöscht hat. Weil ich erlebe mir die Freundschaftsunfragen, was ich jetzt gekriegt kann. Vorgestern noch einen Livestream unter Danny. So, gehen wir mal schauen, ob ich etwas gekriegt habe. Freundschaftsanfrage, Donnerstag. Na, hätte ich schon nicht Donnerstag. Nö, habe ich noch nicht gekriegt. Magst du gleich schicken, ja? Schicken, Floki. Ok, Glück gehabt. Das Spiel lag wieder einmal brutal. Nein, ich wollte mit dem Computerwissenschaftler spielen, aber in No Conf, wenn er nicht schießt, ist es total bescheuert. So, den gehen wir mal schnell healen. Du hast schon nicht geschickt, ok. Warte, schau ich nochmal nach. Ah, jetzt habe ich noch nicht gekriegt. Passt. Ah, 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 komm. Das hätte ich fast auf löschen getun. So. Ungenommen auch nicht, Florian. Kann schlau. Noch enjoinen. Jetzt war ich gespannt, ob es bei dir auch so lag wie bei mir. Auf jeden Fall habe ich heute schon das Spiel öfters gestartet. Ah, Rekord ist gewesen, Bing von 8000. Und jetzt sind ich glaube ich auch einfach 54. Ne, ne, ne. So, dann gehen wir mal schauen, was wir da machen. Bist du schon eine Warteschlange? Okay, die Lobby ist jetzt voll vorhin, wo sie laufen. Ah, logisch. Aiming lässt grüßen. Aiming ist in Urlaub. Der Devil State, da geht man langsam auf den Zogger. Was kann ich nie was für einen Charakter nehmen, also ich kann... Ja, wichtig ist auch nicht gerade ideal. Ha. Scheiße, trage ich nicht mit Tennis da. Was so frontal umgreifen wie ich will, äh, das würde ich normalerweise einen Computerwissenschaftler nehmen. Aber ob du sagst jetzt die halbe Zeit durch die Lags im Spiel nicht. Das habe ich schon vorhin probiert. Weiß ich nicht, ich habe in GW1 seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Aber es werden auch keine Änderungen gewesen sein. Die Maps werden eben die gleichen sein. Aber wenn keine Leute drin sein, hilft es auch nicht viel. Ding, 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 ding. Ja, du blöder Citrus. Das wird ein anderer Freund. Ja. Auf jeden Fall, ich finde das irgendwie bescheuert, dass die die Lags in dem Spiel da nicht in den Griff kriegen. Das ist irgendwie so ein einziges Spiel, wo ich so extreme Lags habe. Und nein, es hat nicht mit dem Internet zu tun, weil bei Fortnite und so, und ja, im Durchschnitt dann auch der Ping. Das hat auch immer mit dem Spiel selber zu dehnen. Okay, Florian ist da. Der Florian als Brains am Start. Söberlein. Hey, du bist ja ganzer schlauer, du hättest auch passen, halt den wir mal nicht mögen, oder? Die nächste Älpste da. Dein Musik macht mich da nervös. Ich bin schon der Erbse jetzt hin. Hä? Okay, dann hätte man mehr mitgekriegen, wo er ist. So viel zum Thema. Okay, respawn und weiter geht's. Drei Minuten vierzig haben wir noch. Dio 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 Dio. Okay, kein Krieg mit meinem Kikwicht. Komm her du! Elektra! Wo ist das denn da? La 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 la! Oh, raus sie wieder mal on fire! So. Wo poem bo po. Da 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 dum, dum dum. Hey, wo wirst du hin? Ich kann kein Schild platzieren. Jetzt gehts. Gefühlt zehn Stunden später geht immer das Schild. Wenn irgendjemand falsche Vorschläge hat, was man tun kann, dass das Spiel flüssig läuft, allein außer. Das ist eine Katastrophe, dass das Spiel allein so laggen kann. Ich verstehe aber auch nicht, dass sie nicht dagegen gehen. Achtung! Ja, super. Der hat einmal die Kartoffelmine mit Körpereinsatz entschärft. Rosi. Nächste Rosi. So, den wollen wir schnell in Florian wiederbeleben. So, ich denke, ich lasse ihn mal schnell aus. Komm, 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 komm. So. Jetzt ist er rechts um mich. Dann kriege ich ihn nicht mehr. Okay. Nicht einmal mitgekriegt vorwischen. Der wird jetzt nicht in Richtung vor mir gewesen. So. Okay. Dann, ich wartet. Egal. Woa, 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 woa. Woa, woa, woa. Woa, woa, woa. Woa, woa, woa. Hm. Zwei Rosnams am Start. Aber da. Hm. 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 Warte, muss da unten irgendwas sein. So, schicken wir Sabtzombi los. Boom. Okay, nein, es ist noch ein Hit. Bye. Hey. Wo bist denn der Zitrus? Na 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 oh yeah Ah nan So Kickwicht PAM Ok, gekillt das auch Ich hab mir echt mit dem Kickwicht War es zu genial oder Aber ja Der Plan wird besser als für die Umsetzung Sagen wir mal so Hallo? Ich hab nicht mehr links und rechts gehen gekannt Oh, die Lecks in dem Spiel, das ist brutal Mal danach Florian fragen Ob es bei ihm auch select oder bei mir wieder mal Nein, nein, nein Nein, nein Ah, Fudliner Oh, Schnapper, 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 Schnapper Den kriege ich noch, oder? Tja, Schild wollte hin platzieren, aber ist nicht mehr gegangen Es ist zwar der Sound gekommen, aber das Schild ist nicht da Sorry Sagen wir mal, das Spiel ist bei mir total Laggy Wir haben ganz viele Spiele, aber das einzige was bei mir eigentlich durch Alben laggt tut Ist äh, GW2 Außer die Nacht, wo wenig Leute drin sind Wen geht's noch meistens Aber irgendwie um 3 in der Früh streamen Bring's auch nicht Und Halbenga, jetzt haben wir zeitlang Folgen aufgenommen Nice Mal Seite tauschen So, ich bin schon da, ich belebe die wieder So So 56 HP 60 70 Danke Kickwicht Pam Ja, kannst du da Denken, aber weggekickt an den Der Zombie Ja, ja So ist das 49 48 Hmm Wär knapp Wollen wir schauen, schnell hin zu gehen Dass wir die Zone einnehmen Da da Ok, schnell gehen ist da relativ Tuck, 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 tuck Denken wir, es wird ächter gehen Zum nächsten Mal hoffen, dass du aber auch kommen zu mir Zum nächsten Mal hoffen, dass du aber auch kommen zu mir Nee 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 Extra Zeit Ich denke mal, das wer man nimmer dort tun Schurt, schurt, schurt GG Und Florian hat es bei dir angelegt bei mir extrem wieder mal so leiteln äh wenn ich gleich will bescheid geben ich bin gerade live auf twitch mit gew2 also wer will vorbeischauen und schust kann sie auf twitter schreiben oder mir da direkt auf hinsicht ja ja 2-3skills geht schon heil komischer typ von mars so ich hoffe dass jetzt die legs weg sein mal hauptsächlich sein die sind bei revier übernommen überhaupt schlimm so erledigen 50 zombies ja hier wissen wir schon können wir mal schauen ob wir irgendwann so gleich noch mal zufallstreffer haben mit dem butter tja den trick kennen sie mittlerweile so nachschauen ja mal über was willst du streamen playstation oder pc oder xbox nebenbei äh welche über was welche software welches internet du hast und über pc und streamen testen mit äh welcher software so 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 So, gehen wir mal scha- Hey, Citron, gehen wir weg da. Uuuu, Z-Mech, scheiße. Welches Programm machen, beziehungsweise welches Software. Und auch ausreichend Bandbreite beim Internet. Nebenbei, wenn du über Twitch streamst und kein Twitch Partner bist, automatisch maximal Bandbreite für 3.5 nehmen. Und nicht in Full HD, sondern nur in 720p. Okay, der Florian spielt als Schnapper. Ja, total ungewohnt, dass der Seiler als Schnapper spielt. Ja, wicht's schon gut. Uh, das ist jetzt knapp geworden. 2.30 HP. Oh, ich muss mich mal schnell healen. Ja, ja, beruhigt. Nein, jetzt hat der Rennen. Ah. So. Uh, 7 HP. Glück gehabt. Ich hoffe, dass er irgendwann trifft. Gehen wir mal schauen. Ja, man merkt, dass ich das Spiel schon lange nicht mehr gespielt habe. Das war mir früher eigentlich nie passiert. Jetzt gehen wir Charakter wechseln. Was nehme ich denn? Dann nehmen wir einen Disco Schnapper. Nein. Hot Rod Schnapper. Schauen wir mal mit dem Hotty. Mit dem Hot Rod Schnapper. pom-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om. Oh. Ja hoi Piratelag! Ahhh. Oh! Scheiße, der hat zu dritt. Nein, klar schauen wir uns. Seien da eigentlich Leitner Lobby. Okay, sechs Kills, dann gleich wieder Florian. So warte, dann kann Florian wiederbeleben. Hah, scheiß. Laxus vom Quaxus. Danke. Kennt man sich ja bald nimmer raus, wer für welchen Team spielt. So, ich dachte mal. Ich glaube, ich dachte mal runter. Dann gibt man mal einen letzten Schuss. Arsch. Nein, 49 zu 50 wegen einer Kill. So, warte gleich. Oh, Auszeichnung. Erstlok, Meister. Ja, mit einer Kill. Einer Kill-Unterschied. Kann ich ja 7 Meter fliegen? Nein. Obwohl, für den, dass ich so lange nicht gespielt habe, geht es eh. Ja, das ist automatisch, wenn ich drei Bots an... Ich habe nicht Lust, da jetzt mal einzuprogrammieren, wem er grüßen soll und wem nicht. Nein, da für mich selber agriessen. Ich sage ja, ich habe einen Hallo-Night-Bot. Also, obwohl Night-Bot auch nicht da mal aktiv ist, alleweil. So, ich habe jetzt mal auf YouTube, Discord, Twitter. Und auf, wann ich weiß. Ah, Instagram. Instagram, ja. Hört mir doch mal einen Schuss davon einmal. Ah, mit was spiele ich denn jetzt? Nehmen wir mal einen Major-Mais. Im Major-Mais? Ich meine, keine Schnapper ist meine Hassklasse. Tja. Ich weiß schon, wem der Florian mag. Der sei mag die Nachbarin. Mrs. Schokoriegel. Mrs. Schokopraline. So, weg da mit dir. Brrrrrrrrrrrrrrrrrr. Bin schon da. Ach du. Dickes Ei. Okay, ich bin erst bei einem anderen. Gut, da brauche ich nicht einmal warten, ob sie mich wiederbeleben. Weil, wie ist es gefährlich, dass sie dir noch hochkillt. Na hallo, was tust du da? Oi! Wieder mal ein FK-Spieler, oder? Ach, herrje. Geh, übrigens Florian, wie hast du gestern Gruppenkeile gespielt? Ich hab heute mal geschaut, was geht noch. Ich hab gesehen, dass die Gruppenkeile hier draußen haben. Die haben den komischen Lava-Modus drin, und hab ich wieder Fortnite angeschaut. Ja, logisch. Gib mir mal ein Rest. Tick, 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 tick. Danke. Ha, ausstecken mal, du kannst doch so wegwerpen. Achtung. Wir sind da auf der Pirateninsel irgendwoher, könnten wir es langsam so viel machen. BAM! Hä, was hat mir da... Ah, okay, Papagei. Denen hätt ich jetzt nicht einmal gesehen gehabt. So, machen wir mal die Runde. Oh, den... Denen hätt ich schon... Oh, der ist 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 schon... Kugel, der ist schon... Put da rein in... Hey, Delfine! Herr Meerespilog. Oh, der ist schon... Oh, der ist schon... Oh, der ist schon... Bleib stehen! Hände hoch! Allgemeine Wissenschaftler-Kontrolle! So, Butter-Rummi, was macht denn der da? Kleine Sieste! Robin Hood! Der Wissenschaftler! Bist er denn? Hä? Bist er denn hin? Hallo? Herr Panzerkommandant, wo stehst du da hin? Achtung, Kugel da hinten! Hinter dir! Ja! Ah, der Robin Hood ist wieder aufgedacht. Schnell, du hast ein paar Kugeln rum. Schnell einsammeln. Ja. Hö, hopp! Uuuuh! So, gehen wir mal schauen. Da-da-da-da! Ich hab keine Auszeichnung. Aber gleich. Du, Florian! Bist er wohl nie da keine Auszeichnung gekriegt? Du aber schon. Das ist ja komplette Schweinerei. Florian kriegt da Auszeichnungen. Unfair. So, GG. Was tut denn die Steffi schienz? Ist meine Prestige gelb? Ja, wo du deine, deine Prestige überall reinsteckst, interessiert mich nicht. Meiner heißt halt nicht Prestige. Ja, ha, 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 ha. Tippe Prestige. Wenn er eine Freundin hat, dann sag er, Spielst du mit meiner Prestige? Ja, ha, 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 ha. Okay, warten wir. Schalten wir wieder einmal um. Da-da-da, da-da-dam. Da-da-da-da-da-dam. Ah ah ah. Was nehme ich den? Ja ich nehme mein Mager. Ich meis. �� Jiah ULULULULULULULULU Was auch YOUлас Administrator Butter Getroffen hat er gar nix, aber egal 3d stunden danach coming up my Butter Aja hier Nein! Halt! Ich muss nachladen! Unfair. Ei, 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 ei! Faze Ghoul! Was ist ein Ghoul, bitte? Jetzt müssen wir das aber versetzen für Senioren. Ich kann einen Ghoul Trooper, weiß aber auch nicht, was soll ich schaffen. Ah, heilig, irgendwas für Star Wars, wenn es mich nicht täuscht. Jetzt muss ich mich wieder reingefalten. Reingefalten, ja. Alzheimer lässt grüßen. So, endlich mal runter. Die Zone haben wir eingenommen. Uh, da ist irgendwo einer rummau. Ah, ah, ah. Na, 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 na. Also, Brainy! It's Brainy, man! Halleluja! Und jetzt hier schon hin. Okay. Papameis, löse mir mal auch. Wischelabicht. Okay, schon erledigt. Ah, ich geh mal um hier auf Punkt A. Ah, ich geh mal um hier auf Punkt A. Da, 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 da. So. Machen wir das. Brauchen wir nicht lang. Ähm, einander düsen. Einfach leicht mal Fenster rein schauen. Und ein paar Hits verpassen. Und schon hat man es. So. Superbination ist wieder ready. Mh, jetzt nehmen wir sie schon wieder Punkt A ein. Bin schon unterwegs. So. 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 Sobald ich bei Punkt A bin, dann nehmen sie Punkt C ein. Was soll denn das schon mal haben? Jetzt Punkt B auch noch. Jetzt geh mal schnell um über den C Punkt. Ey. Oh, Schrimpfkopf. Nicht Schrumpfkopf. Schrimps. Sag mir schon Schrimps. Ja. Gut. Ich mag das nicht. Na, ist mir's wurscht. Hm. Jetzt kommt Lil' Drake. Yuriburi. Aha. Herr Schrimpfwicht. So. Kann sein. So kann sein. Der hat jetzt mal nicht gerechnet gehabt, dass ich da hinter ihm am Start bin. Mahlzeit. Herr Schnapperchen. Okay. Jetzt haben sie die 1. Zwar. Gärten eingenommen. Schnell umgestarten. Punkt B nehmen wir grad wieder rein. So. Hennen. Schnell, 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 Schnell. Schnell, 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 Schnell. Ach. Das hat man da. Von. Ich hatte ja wiederbelebt. Sorry. Aber. Ich bin selbst streit gegangen. Also. C holen wir. A und B fällt noch. Um. Pum. 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 M ferm. di****n. So. Oey! Robinhood... Ey! We're muckin' da. I'm fenest. Das hat mich auch noch alleweil unheaten. Da. Na dit mu guided. Ma kurz healen. Aha, ja logisch Ach du Lulatsch Hallo Tennis da Was machst denn du da Du da Oder du da Übrigens 3.50 zu 59 Jetzt müssen wir aber ein Zacken zulegen Weil sonst holen sind Sein Centurio Ja logisch er kriegt mich Regalien in den Nagel krieg Also Gleichstand So du darfst immer nicht ein Z-Mack riefen Du darfst ein brazer Wicht sein Ha ha Ist schon genau eingegangen Weil der Butter los ist So Okay Okay 70 zu 69 Jetzt haben wir allein zwei Punkte vor Uh Schlimm Ei 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 Wir müssen schauen Schnell einmal eine Zone einzunehmen Und Superbination zu haben Uh Uh Ihm erreicht jetzt Krieg er mich So Punkt B Schauen Fangen mal rein Punkt B Nehmen wir rein Wir nehmen einen Krott ein. Ja, logisch. Er überlebt aus, er überlebt jeden Schuss. Sollen wir schnell schauen, dass wir da noch wegkommen. Jetzt sind wir gleich mal im Rahmenpunkt vor. Centurio! Da brauche ich mich gleich einmal unhitten, ob ich nicht dort bin. Okay, Banzi Speeum sind wieder eingenommen. Ah, falsch geschossen. Ein Punkt vor. Ja, mit dem Kick, wie ich da hat er mich weggekickt. Hey! Nicht da oben noch springen. Ah, jetzt gewinnen sie. Die haben Superbination. Wir sind so gut umgefangen. Ja. Scheiß. Ja, Florian. Ein GG. Ich bin zurück. Ich bin nie weg gewesen. Ich bin gleich gut wie alle. Äh. Der Junior, der hält sich bei seiner Mom. Das Wochenende. So, und ich gebe mir einen Schluck trinken. Ich bin eh gleich da. Also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Towson. Towson. Schau! Besuch. Es wird mir gleich weiter. Besuchen. As Superson. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Erbsi. Was schreibt denn da hinten? Ah, der kleine Wichter. So, gehen wir mal ab. So, Zitron, mach schon mal kleines Päuschen. Oh, Rosi, Rosi, Rosi. Ah, ich bin nicht weg, Schalse, Rosi. Ay, 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 ay. Kjelsprl. Wie kommt man auf so einen Namen? Wo klingt irgendwie niederländisch oder norwegisch? So, Kjelsprl. Also, müsste ich den Nickname zuordnen und da den irgendwo in den Norden hinne. Okay, Spielfang wieder rumzulegen. Ich sag, ich hab ein Revier übernommen. Ich hab das Letzteste, was du spielen kannst. Am letztensten. Okay, jetzt hat er mich hinter mir ja nicht mehr gegeneinander gekannt. So, jetzt rischiere ich sie mal mit dem Computerwissenschaftler. Gehen wir mal schauen. Ich weiß aber nicht, wie es laufen wird. Weil Revier übernommen. Letztes Spiel wieder mal extrem. Was ist denn du? Du hast ja schnell hingehört. Hm? Okay, Kjelsprl schon wieder. Uh, nekut, nekut, nekut. Ja, logisch. Sonnenblume kommt her. Zack, zack. Und dir. Ausgehört er gezogen. Ja, ja. Oh, na, 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 na. So, oh, na, na. U, na, 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 na. Uuuu. Okay. Okay, mir haben zwei mit ein Killzone mit zwei und da war mit null. Perfekte Kombi. Die besten Spieler all ein Team. Ei, ei, ei. Und schon wieder ein Schnapper, danke, der Yuripuri, bin schon unterwegs, irgendein Kiempferner schon, ich komm her Brains, du brauchst Heilung, ja Heilung. Ei, 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 nicht gut, nicht gut. Okay, jetzt sind ein paar Spieler zugekommen, ich hoffe mal, es wird noch besser. Hm, mit einem Computerwissenschaftler geht auch mal nix. Ja, lass mich allein in Ruhe, was nehm ich nicht? Ich brauche hier kein Charakter, mit dem ich jetzt einen Ingenieur nehmen, was nehm ich einen Sam? Elektriker, nehmen wir einen Mechaniker, ich nehme mal einen Mechaniker, schauen, wie es mit Sam geht, da hält ja ein Geschütz da oben. Mal vielleicht richtig mit dem Sammeln gab es. Alle, ich will jetzt auf die Dach, drah halt nicht, da 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 da. Tadadadadadadadada Ei, ei. Gehen bracht's mir net wiederbeleben. So, Citrus ima vienigel. Mit den Celliponen. Bomber da mir flachklappen. Tadadadadadadadadadadadada Jetzt wird er mal total versetzt. Ha, ist das ein verlecktes Spiel. Tadadadadadadadadada So. Hoi, Max. So, dann gehen wir mal schauen. Hm, der muss sich ja da hinten verstecken. Ah, ist das ein bescheuertes Zeug, wenn's da so lag. Ich sag ja, GW2 ist total Katastrophe, wenn's um lags geht. Ein wenig Spiel ist auch so ungern. So. Die letzten Tage. Ich hab erst seit drei Tagen wieder gespielt. In drei Mal jetzt gespielt seit fast einem halben Jahr. In circa einem halben Jahr nicht GW2 gespielt. Ein halben Jahr nicht, aber vier, fünf Monate sicher. Und wie's heute läuft, weil's gestern ja streamgemäß bänden, weil das Spiel so viel laggt. Tut's heute aber auch. Ja. Sälewegen hab ich's auch nie mehr gespielt. Weil GW2 einfach nur am laggen ist. Einziges Spiel, was ich hab, was Albenprobleme macht. GW2. Ich hab da auch im Durchschnitt pingt zwischen 8.000 und... Ja, selten mal, dass ich unter 60 bin. Und ein paar andere Spiele. Und ja, hätte ich im Durchschnitt, dass er pingt für 8.000. Fortnite, wenn's schlimm läuft, 20. Okay, Augelevel, passt. Okay, zum Upgrade. Ei, ei, ei. Immer recht, ich kann den noch wiederbeleben, bevor es die Chili-Bombe hoch wird. Oh, ja. Falsch gedenkt. So, Betreibungsmittel hin. Nö, ein Slim, äh, Ding. Ein normaler. Puh, was weiß denn ich? Ein normaler. Ähm. PS4. Slim müsste das sein. Aber die Pro habe ich nicht, weil... Pro bringt's sowieso nicht. Und, äh, ja. 1TB-Festplatte. Und die Playstation ist jetzt... circa Jahre alt. Aber GW2 läuft auf der Xbox auch so. Also, mein Nachbar hat, äh, die Xbox zusammen lagts auch. Auf PC und ist auch, was es laggt. Das Spiel selber, was, äh, laggt. Ich würde... Nein, bin kein Bayer. Bin kein Italien. Geht schon, passt, danke, heiß ist es, heiß ist es, heiß ist es, heiß ist es, und wenn es Spiel weniger lag, dann würde ich auch nicht dagegen, aber heil, aber meint bin ich es gewohnt, das ist das einzige Spiel, das ich habe, was lag, tut, heil, aber heil, solange es nicht schlimmer ist, geht es ja, ich tue sowieso nicht viel Playstation spielen, also, wenn es jetzt 3 Monate mal überhaupt nicht eingeschalten und jetzt nächstes Monat, glaube ich, verfolgt mir sowieso PS Plus und Nardis, das ist nicht mehr verlängert, haben wir ja noch die Play verkaufen. Na, wir dürfen bei uns da Dialekt reden, also, Südtirol hat ja zu Österreich gehört, früher alle wegen mehr in seinem eigenen Dialekt. So, gehen wir schauen, der Florian hat 38, Maricon hat 22, N18, Sempidog hat 15, ja, ja, geht schon. Das mit der Werbung auf Twitch ist blöd, weil es sich ja gar nicht mal unterstützt, ja. Florian, und, äh, bei YouTube, äh, schauk sowieso auch keiner, also, wieso soll ich auf YouTube streamen, weil jetzt ja gar nix an davon. Halle wegen. Ich sehe sowieso keine Werbung, wenn du in Adblock auf ein Handy oben machst, kriegst du keine. Dann brauchst du nicht mal ein Handy ruten. Mittlerweile, wenn ich einen Adblock oben habe, dann brauchst du nicht ruten. Schau du mal ein YouTube-Video, Florian. Noch sehr viel Spaß, ich habe heute ein Video geschaut auf YouTube, äh, fünf Werbungen angekriegt, was ich nicht überspringen kann, plus nur am unteren Rand oben die Werbung, also YouTube ist mittlerweile so viel penetrant, dass ich nicht mal mehr einige Videos schaue für die Leute, die sie abonniert haben. Früher hast du wenigstens gekannt, die in Werbung überspringen, aber mittlerweile musst du 30 Sekunden schauken. So, der hat sich auch mal schnell verabschiedet. Ja, logisch hat er mir nur schnell gemessen Damage machen. Ah, 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 ah. Jetzt warte mal, wenn der wie schnell erhealt hat. Acra, was ist denn eine Acra? Danke ebenfalls. Acra, was ist denn ein Acra? Da lernt man ja die ganze Zeit neue Wörter. Ach so, okay. Dann gibt's Bins, eigentlich kein eigenes Wort. Bins, hast ein Traktor getroffen und so was. Acra habe ich noch nie gehört gehabt. Aber was, wisst ihr was ich geil finde bei Sachsen? Ich kann mir noch im sexy schreden ohne, dass irgendeiner beleidigt ist. Okay, witzigschissen, aber lachterst. Die Sachsen, die in sexy schreden. Okay, im Schnucki, ja, im Schnucki. Ich stell mir selber irgendwie ein Bild vor. Ich war halt der erste Mensch, was so blödsinn eingefallen tat, wenn ich mal Sachsen bin. Stellt euch mal selbst vor. Perfekte Touristen-Image. So, dirty doll kill irgendwie. Ey, beruhig dich mal da hinten. Bischen du für eine kleine Nervensäge. Und weg bin ich. Eieiei, der Kevin hat's eilig, mich da nieder zu metzeln. So. Wie heißt denn der Komiker da? Da gibt es einen Komiker, den ich früher, sobald ich noch Satellit gehabt habe, ist er oft ein Satans gewesen. Der Haare da. Der heilsche Sachse. Der, was ein paar werdender Filme mit dem Auto geheißen, mit den Schneewittchen und die sieben Zwergen. Da haben wir dran mitgespielt. Der Haare. Was hat denn der gekoßen? Boah, im Vorg... Die entnommen, ja. Pam. Uh, der ist hier in der Luft. Gekillt. Pam. Hä? Unfair. Gekillt. Super Knight. Kan. Okay, Kim. Ich gehe so in der Runde. Da, 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 da. So, das Gift-Out. Uiuiuiui. Hm. Ja, leider haben wir gesehen, ich habe die Gift-Out senden. Da sind wir in den Kick-Wicht ein und da kommt der Gesetzes-Hüter. Zack, zack, und hin bin ich. Ja, ja. Was sollst, der Florian ist einmal mit dem Fuß-Soldaten am Start? So, warte, ich müsste von da hinten um mich... Ah, ja, ja. Der hat sich da oben ein schönes Platz gesucht, zu campen. Oh oh. Pappappappappappappappapp. Komm zurück. Also mir gibt es jedes Mal vier, wenn der Brainst respawnt, dass er sagt, willkommen zurück. Einbildung ist seltenfall, ich weiß es nicht. Mir schade sagen, es soll vier kommen. Zack. Wir sind da weg. Eh, nein. Pappappappappappappapp, das ist mir gleich weg. Gekickt! Oh, hinter mir steht er! Ja, logisch, hinten gibt es so einen Blumen an, aber auch brauchen sie die Zone eingehen. Daradararararararar… Jetzt möchte ich wieder hoffen, dass sie hier alle Heilstationen hinziehen, statt ein paar starke Bots hinzuplatzieren, weil das ist gern der Fall. Man, gib schon Ruhe! Komm, das ist jetzt bei Munchi. das weg 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 jetzt nicht mehr zu tun jetzt steckt ihr gleich im ersten kickgewicht hin catchen aber die beide körper tja leichter gesagt als wir getan dann wieder einmal dann 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 so mal die blöde weiße da so wo ist denn der ah ok weg gläsert auf einmal weg 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 wenig hp schild hm logisch da braucht es nochmal ein kickgewicht aber leider so ums ist erlauben gleich an er war schon geschickt so 2-3 kickgewicht zu haben können schilder 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 hochsen und dann hat der kurze arm so gesetzes erbse wieder mal erledigt schilder 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 hit weißte Und schon wieder, ich setze es auf, sie zack. Na, zu spät reagiert, dann hast du noch mitgekriegt, dass da die Chili-Bombe liegt. 56, 55, ja, schaut momentan noch akzeptabel aus. Kann sein, dass wir es schaffen. Zack, und weg hier schon. Setze es ab, sieh. Ey, Gifterbse, weg da, unser Platz. Pfui. Ich belebe den mal schnell, dass er nicht so, ob man verteidigen hilft. Okay. So, gang schägen. Ey, wo willst du da hin? So, ich glaube, wir schaffen es dir. So, nun gehen wir mal schauen. 14,325 Minzen. Schon mal bessere Zeiten erleben würde ich hier. Hey, sogar eine Auszeichnung, Erschlugmeister. Florian, hast du, äh, hässliche Visage. Finde den Panzerkommendanten, darfst du mal besser. Generell sind die Charaktere in GW1 besser. Okay, schaut doch mal um die Punkte für die, besser gesagt die Abschüsse für die Pflanzen. 9, 10, 8, 9, 6, 4. Florian, 28, der hat wieder mal gemäßt übertreiben. Ian, 22, Vini hat 16. Savage hat 12, ja. Geht schon. Also, eindeutig seien die Dinge besser gewesen. Übrigens hat es bei dir gelaggt. Also, bei mir hat es eigentlich extrem gelaggt. Aber heilig, äh, mir gibt es ein paar Dinge, ist es am schlimmsten. Wenn man Revier übernimmt, spielt. Ja. Ja. So, was nehme ich denn jetzt? Superkommando. Oh, ist ein Superkommando, na? Gebirgsjäger, muss nehme ich, nein, nehme ich mal einen Gebirgsjäger wieder. Schlag die Pflanzen nieder! Und uriniere, äh, und reanimiere jetzt ein Kroklesen, uriniere. Hal wird nicht hierhauen. Hehehe, und uriniere die, die Mitglieder nieder. He war nicht, nicht. Hey! Hey, logischer Elektroscheisser. Kimpel. Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh. So. Aha, Schnapperle. Wo will da hin? Oh, da geht die Schnapper. Komm her, da hinten. Aha, jetzt kommt er wieder. Hmm, Killstealer. Pusher denn? Hallo? Die Herrlein flippern da von dem Meeresbiologen. Ich sag ihm zum Meeresbiologen, wenn er schießt, den flippern. Oh! Langsam da oben, du Mais. Logisch, da ich noch gefällt. So, ein Schmarrn. Hier noch null Küsse, ich muss Charakter wechseln. Was soll ich nennen? Computerwissenschaftler lag bei mir so. Na ja, probier mal ein Wicht. Schauen, ob ich mit seinem Glück hab. Er hat wenig HP, allein 75. Der Wissenschaftler hat 100. Logisch könnte er nicht zu zweit sein. Nein. Aber wenig sind ja jetzt mal noch. Jetzt schau ich mal. Irgendeiner, was mich wiederbelebt. Nein. Der Wissenschaftler ist auch drauf gegangen. Übrigens, Zwischenstand. 14 zu 22. Lowlife. Ah, logisch. Jetzt kommt die Kaktee. Perfekt. Schnau nachladen. Logisch, auch mit der Feuerkaktee. Er braucht leider immer ein Treffen mit der Nudel. Und schon hat mein, äh, Schoden. Man brennt vor sich hin. Alandelboy. Danke. So. Z-Mech. Bring. Bring. Uuuu. So, dann gehen wir. Auf Attacke. Ja, was willst du denn da? Hast du die mit den mächtigen Z-Mech-Geldungen legen? Pam 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 pam. Ein Wichtel. Wo... Seite ist denn alle! Pam! Da ist noch irgendwo einer geworden. Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Komm. So. So, kriege die, kriege die. Ah, da haben wir alle die Killstealen. Unfair. Ah ja, jetzt kommt er da hinten wieder, mein Freund. Der Feuerkaktus. Achtung, Schnapper, Schnapper. So, guck, sie sind weggehangen. Die Zombi haben gewonnen. Mal, ich bin nicht. Der Grund ist immer gewonnen, aber lechtersch. Ah, wie ein Beigetrogen an ihr. Yes, sogar Auszeichnung. GG Florian. Sieben, der Florian 13. Florian, unser Streber vom Haus. Da, 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 da. Ja, generell, äh. Thema habe ich ja eh schon oft genug gehabt. Also, ich mag auch die Maps in GW1 lieber als in GW2. Aber wenn jemand mehr drin ist, was spielt. Hilft selten nicht viel. Generell, die ganzen Charakter, was drin sind, seien irgendwie die Charakter für GW1 besser. Ja, so. So, mit was spiele ich denn? Ja, die Gewerkschaft, kein einziges Spiel. So geile Maps. Was nehme ich denn jetzt? Naja, ich nehme mal den Tennis da wieder. Ja, generell ist halt halt das Problem. Also, in GW1 ist es nicht mehr los. Und GW2 legt eigentlich ziemlich oft um. Wir haben am schlimmsten halt ein paar Reviere übernommen. Und sehen wir schon in zwei Runden. Einmal. Aber normalerweise, wenn es richtig hergeht, müssen wir schon einmal erobern und einmal verteidigen. Aber siegschwahl jener am Rad zweimal verteidigen kann. Oh, okay. Es hat wieder mal. Gebackt. Juh. Aber zwischen dem Florian, kann man nichts machen. So. Erste Gartenswertbombe ist scharf gestellt. Finde ich schon einmal ganz interessant. So, ich werde mal ein paar Bots hin platzieren. Zur Verteidigung. Gifteabsele. Hey, Mais. Wo bist du denn so heilig hin? Mit dem Rano schneller ran hin. So. Extra heute ein paar Stickerpacks auge tun. Damit ich da ein paar Bots habe. Auf jeden Fall. In Aschno haben wir schon die Luftjacke. Auf jeden Fall. Oh. Klima. Achtung, Drohne. Wo ist denn die Drohne hin? Haben sie so geschlossen, ich glaube schon. So, auch liefert es. Klicke mich da außen. So, mal ein Schild hin platzieren, dass die nicht herkommen. Uh, auf jeden Fall noch haben sie es am feinsten, weil sobald da mal zwei Gärten sind, wird es dann kritisch, weil sie wissen, dass man auf welchem Garten man nachher gehen muss. Auf jeden Fall haben sie es entschärft. Schade. Weil die zu peinlich gewesen, ist schon unten gewesen, zack, zack, äh, Gartenzwerchbombe, scharf gestellt. Achtung, da kommt ein Nerbse. Bumm! Nerf nicht immer, du Kacktee, da hinten. Sollte ich das einmal die Gartenzwerchbombe scharf stellen. Dann können die Ohren da unten mit ihrer, Kacktee, auf bessere Zeiten warten. wie er uns schon wieder rein schafft, ja. Bin schon unterwegs, PAM! Trrrr. Und dann Sonnenblumen, tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatam. Ey, dranne, wo wischen du hin? Ey, hey, hey, hat er mich weit mitgenommen? Ok. Gartenzwart liegt leider so um an. Nimmen, 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 nimmen. X4 X4 X5 X6 X5 X6 X7 So. Nenenenenenenenenene. Uh. Kurz in Deckung. Dic dadada. Kasper Ikur. So. Und zack. So. Zwei Gärtner. Immerhin in die Luft gejagt. Ohne Verhältnis. Die Schauke sind mit dem Boot aus. Die sind noch ready. Wollen wir da unten noch schnell schauen. Ohne Boot ist noch. Dann da ist auch noch. Momentan oben die Gartenswertbombe eh. Die Zombies wieder. Als 6es Album. Die Umrandung von der Bombe was oben gezeichnet ist. Wenn sie green ist, haben sie die Pflanzen. Wenn sie so violett ist, dann haben sie die Zombies. Und wenn sie blau ist, dann liegt sie allein um und niemand dazu. auf der Seite. Au Mais. Krieg auch nicht aber noch. Mary kann. Mary. Mary. 3. Aktuell. Zwei Garten. In die Luft spreng. Die Zombies. Und die Pflanzen haben noch keine in die Luft gejagt. Kick mich da außen. So. Gebt mir Deckung. Gebt mir Deckung. Leid. Ich brauche Deckung. Deckung. Hier leihen wir 40kp. Hääääh. Häääh. Häääh. Du Mä. 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 Was ist schon der Ding? Der Powerkeeper für die Simpsons. Der Mä. Der Mä süßlich. Jetzt haben wir die Gartenzwergbombe, ah scharf gestellt, perfekt. Jetzt spare ich mal ein Kickwicht auf, jetzt haben wir sein Zunderholz auch noch am Start. Okay, Kickwicht ist schnell da aus, ja jetzt geht er. Na 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 na! Okay, FG-Part, nix mit dem FG-Part. Das ist auch nicht bescheuert, wenn ich tippen muss. Ich habe da das Mikrofon mit dem Filter direkt vor der Tastatur, da sehe ich die Tasten die meiste Zeit nicht. Ja, allein 9 Kills. So, ich gehe mal her und mache zwei Packs auf. So, nehmen wir ein Durchs zu 35 und mal schauen, ob etwas Schlaues drin ist. Ich mache jetzt schon 100 Mal hintereinander Zombie. Ich habe gestern eine ganze Stunde im Livestream, bin ja ein einziges Mal Pflanze gewesen. Und ich spiele viel lieber Pflanze als wie ein Zombie. Danke, Happy Gamer Alex. So, Lunare Lande Basis. So, Lunare, ich nehme ihn zusammen. Seh mal, ich nehme meinen Fuß, Alter. Ja, ja. Typisch. Allein wieder Zombie. Ich spiele aber generell lieber Pflanze. In GW2 bin ich lieber Pflanze, in GW1 lieber Zombie. Ich habe es schon so gewesen. Also in GW1, wenn ich Zombie bin, sowieso alles da. Und Pflanze eigentlich Erbse. Und in GW2 spiele ich eigentlich lieber Pflanze. Dann bin ich am liebsten Ding. Mais. Ja, beruhig dich mal da. So Mais, machen wir mal Sieste. So, Kugel auch nicht. Lassen wir es weiter. Es sind da überhaupt genüge Gegenwolle. Achtung, Schnapper. Ja, logisch. Nein. Der Schorsch. Jesus. So. Wiederbeleben braucht es erst in dem Modus eigentlich die Teammates nicht da. Aber er bringt es eigentlich relativ selten. Weil, sobald er es wiederbelebt, hat er weniger Leben als wenn er respawnt. Und da geht es ja nicht auf die Kills, sondern auf die Kugel ein. So, bin schon da, bin schon da, Brainy. So schnell weg, 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 weg. Achtung, das sind Kartoffelnminen. Ah ja. Rucksack. Ich sehe nicht, ob sie dich jetzt entschärft haben oder nicht. Woll. Entschärft. Entschärfen kann scheinlich nicht sagen, weil das sind alle leer reingelatscht und wie die Mauskuckuck. Bumse. Die Chili... Ah, die Chili-Bomben. Ja, die Kartoffelnminen in die Luft jagen. Bam. Achtung Florian, hinter dir. So, nachladen und weiter geht's. Achtung, siebzehn. Da hinten ist eine Rose drin, da Maus. Dann würde ich lieber zum Maus gehen. Wo ist er denn? Warte, wir müssen noch Maus hin. Scheiss. Auf jeden Fall, schaut uns Upgrade da nicht. Ich muss noch einmal schauen, wegen den Upgrades. Ich hätte die meisten Charakter nicht mehr geupgradet. Schon lange und ewig. Einfach weil ich in lange und ewig schon nicht mehr gespielt habe. Ui. Ja. Wo ist er denn? Ja, schaut, schaut. Ah, der Florian hat schon wieder Maus 13. Der muss wieder mal komplett übertreiben. Nach 25 Kugeln und sie gehören den Zombies. Der hat Citrus. Wir haben beide nicht mit insgleichen. Ja, ja. Ruhe da hinten. Oh. Ja, Rosy ist nicht mein Lieblingscharakter, weil ist ja nichts Neues. Das Schilder hinbleiben bringt's auch nicht. Bis das ist Aloftien. Versteh ich nicht. Okay, oben ist gleich die Kugel einzusammeln, mit dem Gift dann schon einmal angekittet. Und der Lady da glaube ich mit dem Sam. Ich hätte ihn verlieren können und ich kielte die Dänkste Strahne mit dem Gift gewesen. Hallo Atom. So, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja, logisch, Rosy muss wieder einmal übertreiben. So, 37 zu 38 momentan. Okay, 39 Zombies liegen mit zwei Kugeln vor. Gehen wir schauen, ob wir da noch ein paar Kills machen können. Momentan schaut's eh gut aus. Ja, hey du, wo kommst du da her? Ja, ja. Wischen du hin. Zack und weg, Hischer. Ha! Oh! Sind der Scheiß, Mido hinten. Oh, hinten. Oh, zwei Kugeln. Brainy sammelt C ein, brav. Und weiter geht's. Nein, 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 nein.. Soó.. Rosy. Ist das eine andere Rose, oder? Die eine ist ja Rose gewesen. 44, 46, 1,2 Kuss vor. Schauen wir mal. Mist, hingehen. Oh, Gleichstand. Jetzt wird's knapp. 47, oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Sollen wir nicht irgendwo noch Kugeln, um allein einzusammeln? Na, die Pflanzen haben gewonnen. Scheiße. Ja, ja, war gleich. Also, 50 zu 48, Auszeichnung habe ich keine gekriegt, aber was soll's. Und Florian, wollen wir, dass wir wieder Zombie sein? Also, Florian hat 28, Winnie 11, Ion 11, Aaron hat 8, Kaspericur hat 9, Ginger, Ninja, Hasa hat 18, George hat 16, Wade hat 17 und ich lass ihn mal weg. Ja, ich vermute mal stark, dass wir wieder mal ein Zombie-Team sein. Ich weiß nicht wieso, mir passiert's halt meistens, dass ich ein Zombie-Team bin und dass er oder noch, tja, die haben's halt spielen lassen. Irgendwie ist schon komisch. Ist sowas absichtlich, Dad. Logisch, beide überzeugt, dass sie Zombie-Sein und zeig, sein wir Pflanzenteam. Lass dich überraschen. Können wir schauen, hm? Ah, endlich, ja, siehst du, Pflanzenteam, jetzt einmal. Fällt ihm einen ein noch eine Ewigkeit, ich nehme mal einen Major-Mais. Fällt ihm einen ein noch eine Ewigkeit wieder einmal, einen als, äh, Ding spielen zu lassen, als Pflanze. Wieso spielst du heute eigentlich einmal als Schnapper? Einer nicht ganz durchgeblickt, aber jaja. Florian nimmt mal Enden ein. Auf B Enden werden gleich mal ein paar Zombies kommen, denke ich mal. Theoretisch. Ja, logisch, ich komme jetzt der Duller da, aber. Scheiss, Dreck. Genau, beim, äh, Gequichtswe. Ich bin nicht der Wegkammer. Ihr braucht mich nicht wiederbeleben, Florian. Danke trotzdem. Da-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. So. Und da, Ingenieur, mir ist der herkommen. Es hoffe, dass sie da. Was ist denn da hin? Ja, logisch, keine Ahnung, ich habe nicht gekriegt, was denn der Scheiss. Es gibt's ja fast nicht. Bist du nicht einmal nicht staunt, äh, Ohren aufzufallen, wenn du willst. Aber egal. Golfstar. Zack. Was leih. Put da rummi. Da bin ich schon in Z7, ich könnte ihn treffen. Komm. Ja, logisch. Hochverhalten. Aiming ist in Urlaub. Halt noch. Kurz weg. Ja, Brainy. Vier hab ich. Vier hab ich. Ja, ja. Da-da-da-da-da-da. Mitkillt haben die Cingerina, da. Dann gibt's ja Getränchen in Italien, da. Oh, das heißt Cingerina. Aber wird's beim Kage, aber wird wahrscheinlich anders da hausen. Vermut ich mal. Gim her, Cingerina. So. Oh-oh. Klanz technisches Problem. Oh-oh. Ja und schon wieder. Was ist denn da los? Hilfe. Da sind ja jede Menge Gegner da. Da sind ja jede Menge Gegner da. Falls denke ich jetzt komplett, oder? Okay, jetzt haben sie noch gleich Sububination. Jetzt gehen wir Punkt C um mich. Lil' Break ist ja weg. Äh, der Ding ist ja auch weg. Da. Alles da, was zu sein war. Aber er ist noch da. Danke, Aaron. Friss nen Schnapper. Schnapp, schnapp, schnapp. Und weg ist er. Puh. Momentan liegen die Zombies vor. Momentan liegen die Zombies vor. Was ich nicht schaue, wieso bei mir da jetzt der Butter so kommen ist. Die trifft mit dem Semmelscheißdreck mehr. Okay, Zombies haben Superbination. Überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Nee. Super, ich bin wieder mal nicht weg. Ich kann man... Und... Ah, okay. Das muss ich ein anderer werden. Hier haben wir schon eigentlich wieder die Cingerina da. Aber es war langsam persönlich geworden. Pam! Ich verstehe das nicht, ich triffe da auch nicht mit dem Butter. Der Wissenschaftler ist jetzt auch durch mir durchgegangen. auch mal die Doppelkorn. Ahem, ich bin schwer. Ich bin schnapp. Und ich bin schnapp. Die Logik muss man auch erst einmal richten. Gut dann. Ja, passt schon, passt schon, man kann nicht glauben. Wir verlieren gerade. Butter. Zweite mal gespannt, ob jemand mit dem Butter kill. Ha! Weil die Runde vorbei ist, kriege ich einen Kill mit dem Butter zustand. GG Florian! Schi-schi! Schi-schi! Auszeichnung! Nada mit Nispa! Schi-schi! 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 Aber geht schon. Zwölf Kills. Und Florian helfe. Und viel hat ihn der Abschussmeister. 18. Ja, geht schon. So, Stickerback zu 35. So, mein Ventilator auf Orkan. Was findest du der schlechteste Charakter? Sehr deutsch. Den schlechtesten Charakter? Da gibt es so viele Charakter, die ich nicht mag. Unter anderem Sonnenblumen mag ich nicht. Und Rains mag ich nicht. Und Piraten mag ich nicht. Und wen mag ich auch nicht. Also, ich bin da schneller auch zu zählen, wen ich mag, als wenn ich nicht mag. Also, von Sam her. Ja, willkommen zurück, Sucker! So, direkt wieder mal Revier übernommen, weil er weiß, dass Sam ein Meisch und Leggen tut. Ich habe ja nicht Lust, die guten Bots zu verwenden. Ja, gib mal Ruhe. So, und Schnapper habe ich noch gekriegt. Okay, ich kriege das erste Metall sich. So, Lowlife, Lowlife. So viel zum Thema Lowlife. Die Walddrohne. Die scheine eierhafte Kanone. Übrigens, vielleicht bin ich schon live. Okay, fast 2 Stunden. Jetzt haben wir jetzt nicht gedacht, dass ich so lange Streamhider höre. Lalalalalala. Achtung, Butter und Griff. Mach's house again. Okay, mit Sunderholzer habe ich mal 10 Meter zurückgeschoben. Oh, bueno. Aber es ist ein Kehl antes der Klee noch von mir in der Klee. Wie ist das? Wie bin ich? Wie bin ich gedacht? Ich versuche einen Super Alaner, aber das ist kein Wisch. Wie bin ich dir? Ja, das liegen in der Klee. Aber natürlich bin ich immer noch für die Klee. Ich weiß nicht nichts. Es ist das, wie es nicht orbital ist. la na 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 McKellie mit dirEst du ja gar gar nicht rechts was willst du denn du ey zunderholz 지 der maison da geht man auf den Zeug ja da bis gegen mich kommt ma langsam für reinstecken reinstecken heißt der reinstecken hier und englisch kämme her nene nene na lana 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 ist ja weg damit ihr Puh, ihr neid, ich denk, dass ich den Schnapper zurückhalten kann, aber nix mehr. Da 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 da. Ja, jetzt hupfen beide Meister weg. Big Boss Lego. Es scheint, dass du erst Lego spielst, wenn du Big Boss Lego bist. Achtung, ich bin ein Schnapper. Ich bin ein Schnapper, ich bin ein Schnapper. Ich bin ein Schnapper. Ich bin ein Schnapper. Es ist ein Schnapper. Die anderen sind da hinten und so weiter. So kurz weg. Gehen wir da! Und ich bin da drin. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Okay. Das ist ein Charakter. Das spielt mit einem Hot Rod Schnapper. Gehen wir aus dem Lego? Gut. Gut. Gut gemacht Florian. Zack! Momentan schau ich noch wo das ist. Aber das kann sich heute ziemlich schnell oft ändern. 57 Sekunden haben sie noch. Aha jetzt ist schon einer drin. Weg da mit dir. Ja. Ja. Friss mich leicht. Solange sie mich frischen. Und die Zone rüber. Ja. Ja. Friss mich leicht. Solange sie mich frischen. Und die Zone rüber. nötig. Ja. Saack! Juhu! Gert spielt Florian! Ja. Foo. Foo. Ja, ist ja может ich ja. Einmal. Sack! Mann. Jetzt geht's ja. Mann. 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 Ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Tuh, 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 tuh. Da, da, da. Ich bin noch nicht mehr. Also 5, 4, 3, 6, oder nicht? Ich habe so einen Bock, dass mir das Geld sein und den Totenkopf haben sie. Ihr seid froh, ich habe so viele Bugs drinnen, dass ich sie nicht zählen kann. Also Bugs sind bei mir eigentlich nie, bei mir sind es richtig Lags. Aber heute habe ich eigentlich ein paar Revier übernommen. Bei den anderen Modus geht es eigentlich besser. Im Schlimmsten ist heute halb ein Revier übernommen. Ich weiß eigentlich nicht wieso, aber wo war eigentlich schon halb so. Dan, da 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 Dun-Dun-Dun-Dun. Lalalalalalalalalalala... Ja, er schießt nicht, Lul. Der Aaron! Mit seinen Blitzbrillen. So, weg da, jetzt schick ihn die anderen mal ein paar Pflanzeln rein. Schick mir mal die rein. Was spielt denn heute noch mit dem Wrestling-Star? Haben wir nie ein Irgendein Mac. Hä? Ach du Arsch. Lalalalalala. Bam 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 bam. Mit was hat denn der mich jetzt wieder mal getroffen? Explosive Haftkugel. Ja, während ich in der Luft bin. Ach, geh. Die Haftkugel kann schon schüsst irgendwo hinten. Haftzäpfchen. So. Das schon mal für vorhin. Router. So. Die Sauna wird eingenommen. So. Over den Stadtplatz. Abo. Ja. Du Stuhle weg. Okay. Shrimpkopf. Shrimpkopf ist sowieso nicht. Geschweige denn im Spiel drinnen. So. Kleine Pflanzeln noch. Schick ihn. Zur Unterstützung. Brrrr. Okay. Ich bin jetzt. Ey, ey, ey. Hörst du. Te schoel sch. Cheej, jo. Te schoel schee. Te schoel schee. Jetzt werde ich gespannt, ob ich mit dem Butterhahn treffe. Pam! Jetzt muss er mal wieder mit seinen Haufkugeln da auf die Kegs gehen. Ha! Rache aus dem Grab, das ist schon jetzt davon. So, Teleporter ist aktiv. Ein, aus und zack, zack, zack. Puta! Immer wundert, dass ich da nicht einen Baum treffe. So, du... Ach, ich werde den Haufkugeln sehen. So, du... Ach, ich werde den Haufkugeln sehen. Okay, irgebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe. Why? Ja, das ist nicht alles gut! Ich werde den Haufkugeln sehen, dass ich da nicht auf der Pugel da gebe. Es ist nicht nur die Bushel. Da ist einmal ihr Dank. Irgendwie mal tut er, mal tut er nicht. Das ist ein Problem, wenn ich früher eigentlich nicht hab, die Lacks schon, aber dass er... So wie jetzt hat es mich schon wieder versetzt. Das nervt auch noch. Bam! Extra daneben geschossen werden wir nicht, denn der geht sicher irgendwo für oder zurück. Was tut er? Er bleibt stehen. Ich kann nicht schießen. Geh her Fledermaus. So, weiter gehts. Da-da-da-da-da-da-dum, da-dumm. Da-da-da-da-da-dum. So, mal sammel weisen Pflanzerese schicken. Das wird jener übernärvt. So, noch was? Lalalalalalalala, put da rein. Okay, ich hab nicht mehr springen gekannt, ich hätte eigentlich gut den Sprung einschalten, aber ich will doch mal nicht gingen. Der Oldtimer-Guy. Wenn die Oldtimer raus schauen, wie für ein Schrimpwichter oder Ding. Der Roboter noch braucht Mahlzeit, aber ich frau, dass ich kann. Nichts da oben mit Oldtimer. Satellitenbottom ein schnell da hängen, so. Hey Brainy! Die Valtrone! Dann da da da. Sack! Da 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 na 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 na, und da. Futter. Gemeinsamer Abschuss Rache aus dem Grab. Vorlage und Abschuss Serie 3. Schicken wir mal schnell eine Pflanze vor. Die Tanzfläche erobern wir da auch. Sieg eigentlich weniger kritisch. Da da da! Das ist ja gut. Mutisch hin. Ok, Drohnenfabrik. Gehen wir mal schnell zu der Drohnenfabrik. Gehen wir mal schnell zu der Drohnenfabrik. Sack, weg Hischer. Jetzt kommt der Brainy drohen. Ja logisch, er geht zurück. Dann kriege ich die ja nicht. Pfui! Pam! Ohne 28 HP. Schnell heil die Brainy! Ich kann so nicht gehen. 22. 40. Pam! Hele. Ok, ich bin schmerzt. Wie ich gerade bin, ich bin. Ich muss mich schmerzen. So, Butterangriff. Tatatatatatataataa, auch wir sind auf der Schirmwech. Na ja. Du sollst mir schon wieder mal das Resch geben. So, Teleporter in hier und weiter geht's. Neue Runde, neues Glück. Ich mit dem Glück hab halt vorbei. Jalten! Die Sopers wissen da, geil. Ja, perfekt. Weit und breit, nicht um. Aber es trifft näher. Genau die Schrampel da. Oder Lampe oder was das sein soll. Dass der Butter wieder zurückkommt. Danke. Okay. So, Kim, Butter, Butter, Butter. Ich brauch die. Schnell, noch auffüllen. So, Butter rein. Okay, jetzt haben wir's eingenommen. Aber es ist gleich. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Oh nein. So, 97 KB, 98, ey, du bist nicht der blöde Dauer, du bist nicht der Dauer, hey, Zieglein, Zieglein an der Wand, wo? Irgendwann das Haus, Spieglein, Spieglein an der Wand, ey, 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 langsam da. Habe es jetzt gewesen, über die Schienen und der Zug, was mich wegmahnt. Da, na, 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 na. La, 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 la. Oh, 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 schicken wir mal für dich. Aha, da will ich schon. Und der Kandidat, den ihr noch gesucht habt. Gib schon mal Ruhe, du bist mir ja noch schon die ganze Zeit auf den Senkel gegangen. Um es immer nett und jugendfrei zu formulieren. Mahlzeit, Florian. Wie kann es noch anders sein? Der Florian ist schwer, Alben beim Futtern. Na, 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 na. Pam. Halt, ich muss nachladen. Ei, ei, ei. So, jetzt haben wir sie eingenommen. Jetzt müssen wir es mal einmal in Zumbot zerstören nach oben aus. Da, 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 da. Da, 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 da. Zack, und Zug. Nein. Nein, ich habe Glück gehabt. Nervt's das da oben, Alter, so. Ja, aber ich kann es nicht. Ja, kommt her mit dem Kick, wie ich tak, tak, tak und ja. Ich glaube schon, in diesem Moment muss er wieder weggehen. Das nervt auch, wenn sie es halt gehen. So. Den holen wir mal. Zumal schnell allgehen schauen, um die Schutzschilder zu unterhängen. Ach du. Knölch, du. Ist das ein Knutzer, Knölch? Na, na. Ja, jetzt krieg er mich noch. Wer im Kickwicht los drehtet, wenn ihm der Schnapper schon im Haul hat, check ich ihn nicht ganz, aber wird schon sein. Ich komme, ich komme. Duuuu. Die Weltraune. Das mäßig muss in der Regel ein Schutzschild zerstören. Pam! Wart leid, aber volle Pulle ausschießen. Hey, langsam da. Signorino. Okay, Schutzschild wieder aktiv. In Minuten 21 die Hälfte von Zumba, die man zerstört. Jetzt müssen wir gleich schauen, noch rechtzeitig die Schilder zu verhängen. Ich glaube, wir haben hier der Butter gewesen, da hätte ich wenigstens gekannt. Das haben wir auch noch mal hin zu schmeißen. Aber ist noch nicht nachgeladen gewesen. 54, ich glaube, mit dem ist nicht mehr. Das war Knopf. Oh, hinter mir schrimpfe ich da noch. Ei, ei, ei. Batterie zerstört. Komm, respawn. Eigen 13. Wenn wir sie jetzt nicht errichten, um sie zu zerstören. Ah, Chicha. Ja, logisch. Blöder Schrimp. Meh, 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 meh. Äh, unterrichten wir nicht. Schade. Dann müssen wir nochmal unterrichten anzuschalten. Tja, blöd gegangen. Ja, klar ja. Oh, oh, oh! Auszeichnung, wenn ich keine, bleibt gegangen, obwohl 41 kill sind, ich hab jetzt schon, Florian hat 39, ja, ja, so Leitl, und ich werde mich noch einmal verschissen, ich hab jetzt mal keine Lust mehr, jetzt bin ich eh schon zweieinhalb Stunden live gewesen, und ja, ja, wir werden mal jetzt Mittagessen, also bis zum nächsten Mal, tschüss, papa! Untertitelung des ZDF, 2020